Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Vintage Story. Mein Name ist Lars LP und heute werden wir uns unser erstes Schwert machen, unsere erste Waffe. Und wir werden damit die Gegend unsicher machen. Vintage Story, genau. Und leider ist gestern die Folge kaputt gegangen, deswegen werde ich euch heute ein bisschen zeigen. Jaa. Aber ich bin noch auf der Suche nach neuen Spielen. Schreib es mir doch mal in die Kommentare, worauf du Bock hättest. Jetzt aber erstmal zu unserem geilen Grill hier. Genau auf dem Grill haben wir nämlich Fleisch. Ja, liebe Vegetarier, tut mir leid, aber hier geht es um mein Überleben. Da ist mir das Tierchen kein Pläsierchen, sondern mein Essen. So, wir brauchen gerade ein bisschen Holz. Als erstes, wir haben nämlich in der letzten Folge einen Ziegenbock erlegt. Und der hat uns unfassbare 16 Fleisch gebracht. Das reicht, um dreimal unsere Nahrung aufzufüllen, also unsere Sättigung. Und deswegen mega gut. Äh, wo ist das hin? Ist das da reingefallen? Hey, wo ist mein Holz hin? Während das Fleisch brutzelt, sehen wir schon, wir haben eine Rüstung an. Die werden wir gleich auch einfach wegschmeißen. Äh, warum guckt der nach oben, wenn ich die Kamera runter mache und nach unten, wenn ich die Kamera hoch mache? Ist ein bisschen awkward, der Junge. Aber er heißt doch Lars. Die Rüstung, die wird nämlich ganz easy. Ich muss gerade gucken, C war das, ne? Und wieder hängen diese Fenster hier übereinander. Was ist denn da los? Ja, das hier ist die Rüstung, Improvised Body Armor. Hält doch gar nicht so viel aus, so viel haben wir gar nicht abgekriegt. Aber wir packen die mal weg, einfach als Ersatzrüstung und machen uns gleich eine neue, damit ihr wisst, wie das geht. Denn ich hab's mit der Höhle voll übertrieben. Wir hätten erstmal diese Rüstung machen sollen. Die ist super easy und bringt schon einiges an Protection. Wow, was ein Sternenhimmel. Aber wir können in der Nacht ja unsere Rüstung mal machen. Die zweite, neue, erste für euch. Keine Ahnung. Äh, dafür brauchen wir ein bisschen Holz. Haben wir noch irgendwo Holz rumliegen? Nope. Okay. Aber wir haben Sperre. Das heißt, wir ziehen die Rüstung gerade nochmal an und gehen mal raus. Wir werden die Welt erobern. Jetzt mit der neuen Rüstung sind wir unbeatable. Aber unsere Kupferspitzhacke ist fast weg. Man braucht vor der Nacht auch gar keine Angst haben. Wenn man sich so ein bisschen eingewöhnt hat, geht das. Juuuuh. So, haben wir schon mal ein bisschen Holz. Wir brauchen nämlich Brennholz. Das sollte auch reichen eigentlich für die Rüstung. Ich persönlich will keine Rüstung aus Brennholz tragen. Weil, ganz ehrlich, erstens wiegt die bestimmt 5000 Kilo. Und zweitens, Brennholz ernsthaft? Ich mein, ganz ehrlich, du brauchst nur aus Versehen an eine Fackel vorbeischubbern. Boom. Soll aber nicht unser Problem sein. Wir nehmen ja die drei Kiefernstämme und unsere Axt. Dann haben wir, ich glaube, genug Brennholz. Und wir brauchen noch Gras. War hier, ne? Oh, Gras. Natürlich trockenes von der Weide. Nicht das, was ihr denkt. Aber das packen wir. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, hier rein. Hier rein. Genau, dann brauchen wir das hier. Ne, es reicht nicht. Oh, es reicht wirklich nicht. Wir müssen das eine Holz, was wir hier hatten, auch noch verwursten. Wo ist das eine andere Holz? Warum soll das hier anders sein als Minecraft? Also holen wir nochmal Holz. Und weil das länger dauert, wollte ich nur mal erwähnen, dass wir heute Abend um 20 Uhr und jeden Mittwoch um 20 Uhr auf YouTube live sind. Also einfach auf dem Kanal vorbeischauen. Und wenn du vielleicht mal neue Klamotten brauchst, laslp.shop. Da gibt es richtig geilen Kram. Also nur Oma häkelt besser. Juhu. Wir haben ganz viel Holz. Sehr schön. Also nochmal Brennholz. So, ich packe mal noch zwei da rein. Dann haben wir auf jeden Fall genug Brennholz. Und das müssen wir jetzt so. Wir brauchen immer zwei pro Slot. Äh. Äh. So. Da muss hier Gras hin. Und hier ein Messer, ne? Ja. Und dann haben wir die Body Armor, die schon 55% Protection hat. Das ist nämlich super gut. Hä, ist nicht heiß genug geworden? Och Mann. Da müssen wir nochmal Holz da reinknallen. Äh. Holz habe ich im Inventar, oder? Ja. Sehr gut. So. Mal drei, zwei Stücke Holz da rein. Und dann gucken wir mal, ob es heiß genug wird. What? Unsere ersten Büsche blühen. Nie wieder Hunger leiden. Oder doch. Ich weiß nicht, ob die alle reichen. Aber wir müssen eh mal überlegen, ob wir hier alles einpacken und umziehen. Weil der Boden ist halt nur eine geringe Fruchtbarkeit. Und bei einer mittleren oder hohen ist es halt schneller fertig. Das ist der Unterschied. So. Das Ganze ist jetzt mal heiß genug. Jetzt kannst du hier mal, ne? Kannst du mal machen. Danke. Erstes Stück ist fertig. Äh. Wir müssen auch noch das rohe Huhn. Hier müssen wir auch noch brutzeln. Das ist nur noch ein Tag haltbar. Das ist nicht so gut. Was wir auch noch machen können, ist unsere Waffenform. Hier Schwertform. Die können wir mal fertig brutzeln gleich. Damit wir mit dem 34 Kupfer, die wir haben, die haben wir hier leider in der kaputten Folge gefunden, uns ein Schwert machen können. Genau. Wir brauchen nämlich noch gar keine Kupferschwitzhacke, um Kupfer zu sammeln. Wir brauchen nur ein Schwert erstmal, damit wir uns besser verteidigen können. Ich zeig dir gleich, was hier geht, mein Freund. Komm mal ran. Wer hat die Murmeln? Ich hab die Murmeln, mein Freund. Komm her. Komm her. Ja, hast du gedacht, ne? Hast du gedacht? Hast du gedacht? Deine Ärmchen sind zu kurz. Ja, keine Arme, keine Kekse, ne? Würde ich sagen. So, einmal Messer. Schuppi, Schuppi, Schuppi. Uh, der hatte wieder eine Flakkschnur dabei. Das ist doch ganz gut. Gut, dann holen wir mal das Fleisch raus und legen unsere Schwertform da rein. Und dann müssen wir da auf jeden Fall nochmal eine Braunkohle nachlegen. Ach, die ist schon gebrannt. Die ist schon gebrannt. Das sehe ich ja erst jetzt. Okay, dann machen wir hier so. Und das können wir lassen. Wir brauchen jetzt 20 Stück, die da eingeschmolzen werden müssen. Und dafür brauchen wir 1084 Grad. Und unsere Braunkohle wird 1100 Grad heiß. Das ist ja schon mal schön. Können wir dann so lassen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt reicht. Wir müssen das mal ein bisschen beobachten. Das wird ja schon heiß. Ja, unsere Schwertform. Ich habe keinen Platz mehr hier drin. Wir müssen umziehen. So, ich lege die mal. Kann ich die? Kann diesen Block nur beim Schleichen platzeln? Achso. Dann lege ich die mal da auf die Mauer. Warum auch nicht? Hopp. Wunderbar. Ist voll. Jetzt muss das nur noch abkühlen. Komm her, mein Freund. Komm her. Ja, ja. Hallo. Ich bin jetzt stark. Was wir auf jeden Fall auch machen müssen, ist die ganzen Bärenbüsche ernten, damit die direkt wieder wachsen können. Also, keine Zeit verlieren hier. So. Hier auch noch. Ich weiß gar nicht, ob ich in der kaputten Folge hier noch mehr Büsche hingemacht habe. Guck mal. Hier ist jetzt schon so eine zweite Reihe, wo man dann reingehen kann. Ich weiß gar nicht, ob man das gesehen hat oder nicht. Wieder schön hier zumachen. Und warten. Ah, das ist auch schon fertig. Sehr gut. Gut, dann haben wir jetzt so viel Fleisch. Wir können locker, locker auf Tour gehen und gucken, wo wir richtig fruchtbaren Boden finden, damit wir dann umziehen. Funktioniert. Oh, da ist ein bisschen, das Holz glüht. Noch mehr Bären? Die werden ja alle heute fertig. Guck mal, weniger als einen Tag, weniger als einen Tag. Drei Tage, vier Tage, drei Tage, vier Tage, drei Tage, vier Tage, zwei Tage. Okay, das dauert noch. Was haben wir hier? Weniger als einen Tag, weniger als einen Tag, überall weniger als einen Tag. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch eine ganze Ecke hier reif werden. Hier hinten die vielleicht auch schon, muss ich mal gucken. Die sind ja auch ein Tag, ein Tag, ein Tag. Okay, schwarze Johannesbären, die sind schon mal reif. Was stimmt? Warum ist der Baum unten so grün? Nach oben hin wird der immer brauner. Sieht sehr merkwürdig aus. So, entnehmen. Nice. Äh, haben wir eine Kupferschwertblatt. Und das so. Kupferschwert! Nice. Drei Damage. Angriffsbereich 2,5 Meter. This is Sparta. Geil, jetzt können wir hier richtig, jetzt können wir richtig rumwüten. Ich glaube, jetzt kriegen wir die Tiere auch viel schneller irgendwie erlegt wie hier. Guck mal, der hat Angriffsstärke 2. Er hat Angriffsstärke 3. Und hat nicht ganz die Reichweite. Aber egal. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal los. Suchen hohe Fruchtbarkeit. Ein bisschen was, was wir verprügeln können. Wir haben Essen dabei. Wir haben Büsche dabei, um das zu testen. Hier haben wir geringe Fruchtbarkeit. So, wir können ja hier mal so einen Busch hinstellen, damit wir einfach so einen Vergleichswert haben. Zack. Blüht in vier Tagen. Okay, dann geht es jetzt weiter in die nächste Gegend. Oh, guck mal, Bären. Oh, guck mal, hier ist so eine Ziegenmama mit zwei kleinen Kindern. Und ich kann nicht. Das kann ich nicht angreifen. Nein. Das geht nicht. Die armen Kinder. Weil entweder muss ich sie auslöschen, die Familie. Oder die Kinder werden auf sich allein gestellt sein. Und dann werden sie nicht alt. Also wird die Familie ausgelöscht. Aber ich muss mich mal angewöhnen, so ein bisschen weiter zurückzusitzen. Ich rutsche immer so vorne an der Facecam raus. Keine Ahnung, warum. Wir werden jetzt einfach mal hier richtig fett querfeld einen runterlatschen. Guck mal, da ist wieder so eine Ziegenmama. Ziegenmama. Hallo, Ziegenmama. Ne, ein Dickhorn-Schaf. Mutterschaf. Okay. Und da haben wir ein Dickhorn-Schaf-Bock. Mhm. Damage Tier 2. Der macht auf jeden Fall aus. Da ist ein Waschbär. Waschbär. Auf ihn. Ich habe ihn gesehen. Komm her. Huah. Waschbär. Wow, das ging schnell. Busch. Busch. Buschfleisch. Warum? Egal. Das ging auf jeden Fall schnell. Äh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Können wir bitte eine Schweigeminute einlegen für den Waschbär? Ich meine, er ist für eine gute Sache von uns gegangen. Aber trotzdem sollten wir ihn würdigen. Reicht dann auch. Immer noch mittlere Fruchtbarkeit. Vielleicht macht das nur einen Unterschied bei so Getreide und solchen Sachen und nicht hier bei Beeren. Aber nehme ich mit. Uh, waren wir hier schon? Gefäß. Gefäß. Ist hier irgendwo ein Gefäß? Ich suche ein Gefäß. Sieht aus, als wäre es mein Haus gewesen. Könnten wir einfach ausbauen zu unserem Haus, theoretisch. Aber ich glaube, hier ist kein Gefäß. Schade. Lass mal eine Ruine suchen, die wir dann wirklich zu unserem Zuhause machen. Das wäre cool. Das ist auch nachhaltig, ja. Wir bauen nicht neue Häuser, sondern wir nehmen einfach das Bestehende und nutzen das weiter. Deswegen ist das nachhaltig und auch gut für diese Welt hier. Oh, guck mal, wie weit wir schon gelaufen sind. Was ist da? Ah, guck mal, das sieht richtig aus wie so Planes. Und jetzt vibriert mein Handy in der Hose. Ein Fuchs. Komm, den, den tryen wir auch gleich. Wow. Fuchs. Ah, haben wir den Fuchs. Oh, Hühner auch noch. Wir werden heute alles zerlegen, was wir kriegen können hier. Aber der Fuchs hat schon noch ein bisschen Aua gemacht, nur nicht so viel wie vorher. Ich wollte gerade sagen, hat der nichts, aber war lag. So. Mit den Knochen. Ich habe keine Ahnung, was wir da mit Knochenmehl machen sollen. Aber wir nehmen auf jeden Fall Pelz und Fleisch mit. Das ist ganz gut. Hühner. Hier waren Hühner. Hallo, Hund. Hallo, Hund. Hallo, hallo. Hallo. Wow, wie schnell. Wieder Hühnerfleisch und Federn. Okay. Mit den Federn können wir Pfeile machen, aber ehrlich gesagt lasse ich die mal liegen. Die können wir vielleicht später noch holen. Oh, hier ist ja noch ein Händler. Hier ist ja noch ein Händler. Was hat der denn hier? Der heißt ernsthaft McCree. Und der hat hier eine Truhe, die ich öffnen kann. Inhalt der Truhe ist nichts. Kann ich denn was da reinlegen? So. Und mir dann auch wieder... Cool, wir haben ein Lager bei dem. So, was verkaufst du denn, Großer? Also auch essen und verkaufen können wir hier Messer, Steine, Hirten, Tunika, Fettklumpen können wir kaufen. Das ist sehr gut. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwo hier unten weiter... Guck mal, da ist noch eine Ruine oder mehrere. Da könnten wir zum Beispiel ein Lagerhaus machen und so weiter. Hier ist ein Meer. Ja, sieht aus, als wäre das Sand oder so, ne? Wir gucken mal, wir laufen einfach mal weiter in die Richtung. Da ist noch ein Fuchs, aber ist erstmal egal. Wir haben jetzt genug Fleisch und alles. Wir lassen den armen Fuchs mal. Was haben wir hier? Ich würde gerne eine Ruine als Zuhause finden. Oh, Gefäß Erz. Gefäß Erz. Wow. Und Saatgut. Jetzt mal ernsthaft, wir müssen uns hier zur Ruhe setzen. Wir haben zwei halbfertige Häuser. Und Erze und Saatgut. Okay, machen wir das Gefäß mal kaputt. So, ich habe aber keinen Platz. Verdammt. Ich pflanze schon mal die hier. Wir werden uns hier zur Ruhe setzen. Definitiv. Ich pflanze die schon mal an, dann habe ich ein bisschen Platz. So. Dinkelsamen. Wir können schon mal Dinkel anbauen. Das ist sehr gut. Und was haben wir hier an Erz? Was genau war das jetzt? Sieben Kupfer und dreimal Schwarzkohle. Die brennt 1200 Grad heiß. Die brennt 84 Sekunden lang, wird 1200 Grad heiß. Äh, nice. Sehr gut. Und wie gesagt, wir können die Häuser hier echt fertig bauen. Also wir können die Spitzhacke nehmen. Können hier das hier erstmal abbauen. Machen dann da noch Holz drauf und so. Das wäre doch voll gut. So, da ist meine Spitzhacke hinüber. Aber wir haben gerade genug gefunden, um eine neue zu machen. Okay, wie war das Lagerfeuer? Feuerstelle. Und. 2, 3, 4. Wunderbar. Haben wir schon mal eine Feuerstelle? Jetzt müssen wir die noch irgendwie anzünden. Mit dem Firestarter. Bloß nicht vergessen. Einmal trocken Holz, zwei Stöcke. Okay, das kriegen wir noch hin, ne? Zwei Stöcke und einmal trocken Gras da. Juhu, es brennt, es brennt. Jetzt brauchen wir Holz. Gehen wir natürlich auch mal gerade da hin. Und wir nehmen gleich den Baum hier. Hier ist ja noch ein Gefäß. Auch mit Erz. Ja, wie gut. Okay, wir müssen schnell das Ganze zumachen, damit wir hier übernachten können. Und dann werden wir hier uns eine richtige Hütte hinbauen. Ach, wie cool. Guck mal, das ist der Rest der Rauchwolke. Unser Feuer ist aus. Aber guck mal. Da oben noch der restliche Rauch. Wie gut ist das denn? Hä, wieso geht das aus? Ach, weil es regnet, ist es ausgegangen. Okay, nice. Hier werde ich jetzt mal die Nacht überdauern. Und dann bauen wir uns morgen ein richtiges Haus. Das war es wieder mit Vintage Story für heute. Wenn dir das Ganze gefallen hat, kannst du das Video gerne liken, wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wenn du Bock hast, kannst du jetzt hier verschiedene Dinge anklicken, wenn du weitergucken möchtest. Zum Beispiel Vintage Story in der Playlist oder was YouTube dir vorschlägt. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit V. Ich bin raus.